Hier und dann hier und dann nochmal hier, sehr schön, sehr schön, gut, okay, hier wird ja kaum unten und hier machen wir dann, lass mal auf, dann kommt ja hier quasi, okay, jetzt kurz nachdenken, ähm, hier dieser Bambus, ne, Wasser, Bambus, Wasser, Bambus, Wasser, Bambus, Wasser, Bambus, hier passt der so, wunderbar, hier, hopp, 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 dann hier, hier, ne, tu mal, so, dann Bambus, Wasser, Bambus, Bambus, doch so, ne, doch passt der, so, dum, 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 ja, da braucht der paar mal wieder tolle Sachen, ne, mhm, Wir sind bis endlich langsam hier, äh, Gestalt und Form an, ne, nix dann, ne, was das Sprung macht, so, ne, gut, okay, man sieht natürlich noch nicht mehr so viel, weil ich zu viele Bäume gemacht habe, ne, aber, ich würde sagen, wir lassen diese Seite, lassen wir vielleicht auch so, hier machen wir nicht zu viel, das lassen wir frei, Ah, diese Richtung da, ne, vielleicht, ja, doch, so ein paar nehmen wir da raus, vielleicht den kleinen hier vorne, ne, und dann vielleicht so ein, zwei Stück von da, ja, so, dann hier, ne, und dann gesagt und dann wieder hier, hopp, tak, tak, tak. So, okay, dann kein Stein unten drunter, kann ich also sowas da rein nehmen, machen, äh, was da reinfüllen, ne, gut. Aber man solltet natürlich vorher dann auch erstmal, ne, ist nix. jetzt müssen wir gerade gucken wie das aussieht wenn ich die kleinen hier wegnehme ich mach das mal gerade, komm wird gar nichts auf so lange Band geschoben wenn wir hier Wasser einfüllen dann können wir das mal gerade so nebenbei machen ab und ab sehr schön so hat man gesagt, den können wir ja stehen lassen ruhig, ne so, aber wir könnten dann welchen wollten wir noch wegnehmen vielleicht den hier so, den können wir mal wegnehmen den können wir auch hier wegnehmen warum oder nicht so und dann hier mal komm, hier, brettern wir auch noch weg wir müssen ja nicht überall die ganze ja, den ganzen Blick uns quasi jetzt hier versauen, da können wir auch so ein bisschen bisschen Lust lassen, ne ich muss mir vielleicht auch mal angewöhnen, dass manchmal auch weniger mehr ist so, okay der wird ja dann wahrscheinlich die kennen auch, ne ne ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Mammutbaum den ja auch noch nehmen ne müsste gehen, ne so, ich muss mal gucken, ob das mit den Blättern ob das hier wirklich jetzt so die jetzt auch verschwinden oder ob die ja nicht verschwinden müssen wir halt mal sehen ob es klappt oder ob es nicht klappt aber die würde ich sagen, die lassen wir hier vielleicht den hier vorne noch, ne komm, den machen wir noch weg hier so dann, 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 dann machen wir schon mal ein bisschen Platz schaffen so und jetzt warten wir einfach mal ne, machen wir das Türchen zu und dann gucken wir mal, ob da so ein bisschen was hier weg geht die können wir da lassen, ne oh, da vielleicht auch, oder oh, okay ob, die würde ich gerne mit, ne so welchen hätte ich mir gedacht, ab den ja, ne da, genau kommt die da vorne auch noch da da ist, glaube ich, sowieso ein klein wenig zu gut gemeint so oh, wird schon wieder dunkel so, auch nicht schnell oh, komm, dann gehen wir gerade erst mal schlafen ne, stimmt ich wollte ja noch das hier machen, ne hopp 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 oh, da schaffen wir noch ein bisschen was gerade, hm hm und dann so hopp hopp ach, da schaffen wir auch gerade noch so und so hm na, gut so gut ah, das Ribbon noch fertig doch, das Ribbon noch fertig bin ich zuversichtlich hopp hopp und hopp hm, hier wieder hin hm hopp und hopp ein bisschen aufpassen, ne nicht, dass auf einmal hier so irgendwas kommt, was der Schwung macht das wäre nicht so toll hm, nein, kein bisschen hm, gut hm so, das haben wir auch hier kam kein Wasser rein das können wir so lassen und da würde ich mal sagen, dann gehen wir auch ins Bittchen, schlafen zack, 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 zack so, äh, ja, 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 Papa ist müde, Platz da mhm und auf das Wurststückchen lecker hm, la 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 le la la nein, 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 ich will noch gar nicht schlafen ich will doch gar nicht schlafen ich will das Wurststückchen hm, lecker hm, la 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 la, hm so, und weiter gehts weiter gehts so, brauch ich jetzt die Alme eigentlich nochmal Machen wir da Sand runter oder lassen wir es so auf dem grünen? Ich würde sagen wir lassen das so. Gucken wir mal wie es hier aussieht. Schleim. Kann man sagen was man will, aber vorher waren ja nicht so viele. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hopp Helmet. Hopp prächtig. So nehmen wir sie mit oder? Ja warum nicht, spricht ja eigentlich im Grunde nichts dagegen. So kommt mir her, der kommt sowieso schon zu mir. Hopp und hopp und hopp. So haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. Komm her mein Großer, los. Komm her, hau dich ab vor mir. Haust dich vor mir ab, komm her, los. Komm her, los. Hopp hopp hopp. Schleim. Hopp hopp hopp. Hopp hopp hopp. Hopp hopp hopp. Wenn du sagst. Dann mach ich das, ihr macht schon zu schade dafür. Komm her, die mich eigentlich mit der Hand oder mit einem Stein nur so verkür지고. Waaa. Watt. So alles einsammeln. Auch die Kügelchen. Hopp. Ja Höhlen Geräusch. Super, ne. Echt. Unter uns ist eine Höhle. Was? wir sind irgendwie runter ne ne ist egal nur interessant wir gehen hoch komm 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 los 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 deine bombe sieht ein bisschen verloren da aus ne ich glaub den den stutzen wir auch mal soll es gestatzt so die großen hier habe ich ja bock drauf die lassen wir mal hier das geht ja wahrscheinlich auch nach und nach da langsamer weg hier hinten ist nichts ne ich bin so ungeduldig ich mag nämlich nicht warten aber im rest warten wir mal hier noch ein bisschen weg warte ich jetzt schon dann können wir habe ich jetzt die rosenlitter 32 stück in der zahl ist ja schon ein bisschen was ich würde mal sagen fangen wir mal hier an ja so so die endseite genauso hm 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 das ist ok nichts in der nähe so dann muss er bei 21 schleim bälle schon wieder so hm 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 so wobei ich ehrlich sagen muss man im kakao bin ich gar nicht überzeugt davon ob wir den wirklich hm hm den wirklich brauchen ne ja komm dann haben wir halt mal da dann machen wir es halt einfach auch wenn man nie wieder brauchen weil die Käse äh die Käse sag ich schon die Kekse ja nur eindeutig nicht wirklich so viel bringen so und top gut abgehakt fertig haben wir jetzt ähm vielleicht damit so die hier noch hm 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 oh eins fehlt schade ich lasse vielleicht hier vorne irgendwo her oder so ähm sonst haben wir glaube ich auch gar keine mehr da weil sonst müsste ich jetzt hier erst ähm sag mal wenn ich denn die anderen Felder alle weg habe ne dann haben wir sie wieder so hopp komm her hm dann okay für weizen reicht das ja jetzt hier so dann können wir einmal hier rumlaufen gerade gucken ob was neues aber ist so hier ist nix ne hier unten nein 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 rot gut auch hier nicht ne gut okay okay so wir rein hier so den einen dann da hin so dann mal das nach hier vorne so dann mal das hopp 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 oh ja es gibt auch ein schönes großes Weizenfeld ja das ist groß groß ja so groß ist es zwar auch nicht aber es ist ja es ist eigentlich mehr als genug ist eigentlich und dann ist auch schon viel zu viel brauchen wir nicht alles gar nichts eigentlich nur damit es so ein bisschen schön aussieht und und hopp was haben wir hier zack 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 so hier hm 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 ich verstehe ja nicht warum die Erde da trocken ist also diese stellen jetzt hier ne weil ähm das ist eigentlich ja vielleicht dauerts auch so ein bisschen bis sie feucht wird wer weiß ja doch jetzt wird sie ne ja doch da war ich ja nur so ein bisschen zu voreilig so wie sowieso fast hinüber jetzt ungefähr so ähm was brauche ich sonst noch Karten und ähm Wotterfell oh hm hm Wasser ok warte mal Kakao ähm hab ich eigentlich noch doch schon als hab ich auch noch gut das ist schon mal schön dass ich das habe aber wir brauchen jetzt erstmal noch eine hole so ähm Eisen habe ich zufällig dabei nein habe ich rein zufällig nicht dabei auch nicht zufällig hier irgendwo was liegen ne ne machen wir uns ein Stein oder komm machen wir uns so ein armseliges knüppel äh krüppeliges ähm Stein einfach was solls hab ich jetzt hier irgendwo noch Stein nö hab ich nicht oder machen wir uns ein diamantending hm komm wir betreiben das so richtig so richtig so richtig so richtig großkotzig jetzt diamantending hab ich den nicht mitgenommen ja diamantending dann machen wir es auch ja 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 ja